Musik Es ist Anfang April, wir treffen Gerry Hofstetter in seinem Büro Zoumica im Kanton Zürich. 26 SAC-Hüten will er beleuchten für 26 Kantonssektionen. Auf einer Reliefkarte markieren die Lichtkünste alle Ziele mit einer Nadel. Alle Hüten sollen an einem bestimmten Tag beleuchtet werden. Macht das Wetter keinen Strichdurchrechnung? Das Wetter in den Bergen kann tödlich sein, das wissen wir alle. Wir haben so viel Metall auf uns oben. Im Sommer, wenn es gewittert, können wir einfach nicht ausrücken. Das zieht den Blitzen so an und das kommt nicht gut. Also haben wir im Vertrag, dass wir mit dem SAC zusammen und dem Kulturpartner 48 Stunden vorher sagen, die Hütte wird verschoben. In den Materialhallen macht sich Gerry fürs Grossprojekt parat. Das Material für die Beleuchtung muss er selber mit seinem Team auf den Berg tragen. Das ist Bedingung des Projekts. Dazu gehört auch, dass Gerry sind 37 Kilogramm schwerer Projekter auf dem Rücken tragen muss. Okay. Wichtig ist immer, dass man noch die Schuhe binden kann, wenn man einen Rucksack hatte. Sonst kommt es nicht gut. Ich probiere es mal. Das Projekt wird vorwiegend von Sponsoren finanziert. Außerdem gibt es einen Film und ein Bildband über das Projekt. Wir wissen, dass wir irgendwo zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Millionen sind. Je nach Aufwand dann auch vom Kinofilm. Das ist noch eine happige Poste. Ich kenne das ja auch vom Film. So etwas zusammenschneiden mit diesen tausenden Stunden Material nachher. Und es wird natürlich auch viel mit Eigenleistungen von uns hinein gebracht, um das zu realisieren. Rendieren wird es dann einmal in ein paar Jahren, wenn die Geschichte auch wahrgenommen wird, auch im Ausland. Dort sind die grossen Aufträge, die das dann rückfinanzieren. So, in einer halben Stunde muss das alles bereit sein. Und zwar sortiert Gerry Hofstetter die entsprechenden Sujets für die Produktion. Er will mit seinem Projekt auch immer wieder sich selber überraschen. Also was sicher mitmuss, ist das legendäre Schweizer Kreuz. Das muss immer mit. Schweizerischer Alpenclub. Ich bin der Kreuzli-Schweizer. Schweizer Kreuzer. Ich bin der Team-Spirit mit einem kleinen Team eine so eine grossartige Schönheit zurückbringen. Das ist schon mal, das muss ich jetzt sagen, das gehört zu meinem Leben. Ganz wenige Leute etwas Grossartiges herunterbringen, das vergänglich ist und mir keine Schäden hinterlassen, nichts aufbauen. Einfach nichts. Einfach Licht und Tschüss. Morgen begleiten wir Gerry Hofstetter auf seinem Weg in die Zustli heute im Kanton Uri. Der Lichtkünstler stösse dort aber ziemlich schnell an seine eigenen Grenzen. Ich dachte, ohne Stöck, es ist locker heute. Eine Stunde. Vergiss es. Das ist mühsam.